Hierbei benötige ich eure Unterstützung. Diese Staatsangelegenheit sollte nicht länger aufgeschoben werden. Das war's für mich. ist es dringlich ihr wünscht ich wäre euer vater nun auch ich habe euch ins herz geschlossen ich hoffe ich kann mich eines tages dafür ich fürchte ihr überschätzt meine möglichkeiten was ich sie ich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 fortsetzen. Dazu fehlt mir der nötige Elan. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wenn wir alle mit anpacken, kann diese Stadt zu einer Perle heranpacken. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. undo Einer ihrer Betriebe… Dein Geld ist bei mir in besten Händen. einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her dies sind die ersten baupläne die ich euch aushändigen kann einer ihrer betriebe stellt keine waren mehr her die die Vielen Dank. 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 Wir haben hier ganz schön was geschafft. Sieh es als Sicherheit für dein Leben. Es geht doch. Vielen Dank. Du wirst es verschmerzen. Vielen Dank. Ein gutes Geschäft. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Alter. sollte ruhig der jugend den vortritt lassen eine produktion kommt zum erliegen was führt euch zu mir versteigt euch nicht ich habe euch nicht gebeten beim kaiser um eine wiedereinsetzung als diplomat zu ersuchen ich bin euch wirklich sehr verbunden ich wäre ich vermutlich keine groß ein gutes geschäft